Kirschen 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 sind echt was Tolles. Könnte ich Bäume weise essen. Aber das ist nicht nur schnöde Fresslust, nein, das ist intensive Vorbereitung auf mein tolles Interview heute in der Kulturlaube Digital, das ich mit Robert Frenzel führen werde, worauf ich mich sehr freue. Und heute ist nämlich der internationale Tag des Kirschkernspuckens, tatsächlich. Und ich werde mit Robert Frenzel um die Wette Kirschkern spucken. Mal sehen, wer gewinnt. Und was Sie sehen können ist, mit mir ist gut Kirschen essen. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit unserer täglichen Live-Sendung Kulturlaube Digital hier aus der Barfüßer Ruine Erfurt. Schön, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Schön, dass Sie, liebe Zuschauer, auch da hinten Platz genommen haben. Es gibt im Hintergrund einige unwillige Kinder, aber das soll Sie nicht stören. Wir haben eine tolle Sendung für Sie vorbereitet. Heute unter anderem mit Robert Frenzel vom gleichnamigen Quartett, die heute Abend unsere Bühne mit Funk, Soul, Jazz und anderen wunderbaren musikalischen Klängen erfüllt werden. Und auch zum zweiten unser Special Guest wird sein Esther Ambrosino. Die war ja gestern schon hier in der Sendung. Da sie aber so eine umtriebige und vielbeschäftigte Person ist, wird sie uns heute auch noch etwas über andere Projekte erzählen können, an denen Sie und Ihr Team beteiligt ist. Darauf freuen wir uns auch sehr. Sie werden natürlich wieder Freude haben an unseren beiden beliebten Kategorien Wetter und Gewinnspiel. Wir haben das ja in den vergangenen Sendungen schon geübt, wie das geht mit dem Anrufen. Das müssten Sie jetzt also verinnerlicht haben. Greifen Sie zum Telefon, rufen Sie an. Sie können. Ohne Scheiß, sagt man nicht im Fernsehen, Entschuldigung, aber trotzdem Herzensangelegenheit. Heute Abend für das Konzert, das ausverkaufte Konzert, zwei Freikarten gewinnen. Das Robert-Frenzel-Quartett. Heute mit, ich kann nur sagen, einem totalen Überraschungsgast, der bis heute Mittag auch noch nicht wusste, dass er heute Abend mitspielen wird. Also, es bleibt spannend und für Sie eine großartige Chance, sich diesen Abend nicht entgehen zu lassen. Und da wir in unserer Sendung ja auch immer darauf bedacht sind, so ein paar kleine Side-Facts an Sie weiterzugeben, möchte ich Ihnen heute noch erzählen. Heute ist übrigens der Tag des Kirschkernspuckens. Tatsächlich den Schmeichel-deinem-Spiegel-Bild-Tag und der Tag des Ungehorsams. Und während Sie jetzt noch darüber nachdenken, welche der drei Dinge Sie heute schon erledigt haben, kann ich wunderbarerweise überleiten zu unserem tollen Künstlerinterview, dem Laubenplausch. Das habe ich toll vorbereitet, oder? Ja, mit dem Wasser. Genau. So, und da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebes Publikum. Herzlich willkommen, lieber Robert. Ich bin dir so dankbar, dass du dir in dieser verrückten Vorbereitungszeit, die ja heute noch mal außergewöhnlicher ist als sonst, Zeit genommen hast, um mit uns einen kleinen Plausch zu halten. Ich wollte dich kurz fragen, hast du denn heute schon Kirschkern gespuckt? Ich habe, glaube ich, heute von den drei Sachen, die du gerade erzählt hast, noch gar nichts gemacht. Noch gar nichts? Nee, noch nicht mal ungehorsam gewesen. Also, das ist schlecht, du hast dir das alles gemerkt. Ich hatte auch keine Zeit dafür heute. Keine Zeit. Sondern, du hast es schon angedeutet, wir mussten es ein bisschen umorganisieren. Leider ist unser Schlagzeug, der Markus, aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Er hat mich angerufen heute Mittag, so er kann leider nicht. Und zum Glück haben wir den Kilian jetzt dabei, genau, aber es war doch ein bisschen Organisationsarbeit. Aufregend. Und ich werde dich auch nicht furchtbar lange hier in unserem Gespräch aufhalten, weil ihr noch ein bisschen Dinge besprechen und auch anspielen müsst, was ihr ja auch sollt, damit das heute Abend super, großartig, perfekt wird. Ich habe trotzdem einen Wunsch an dich. Würdest du mit mir als jemand mit einem unfassbar trainierten Zwerchfell, was ich denke, was man haben muss, wenn man verschiedene Blasinstrumente bedient, würdest du mit mir trotzdem ein Kirschkernweitspucken machen? Auf jeden Fall. Ich probiere immer gerne neue Sachen aus. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal mit vielleicht vier gemacht oder fünf. Sehr gut, da habe ich entscheidenden Vorteil. Mal gucken. Ich mache das öfter. Genau. Ich muss noch kurz Schleichwerber machen. Die Wahl der Kirsche ist, glaube ich, entscheidend. Die Wahl der Kirsche ist entscheidend. Und diese großartigen Kirschen, die Sie hier sehen, die sind tatsächlich frisch gepflückt. Ah, da ist die Kamera. Die sind frisch gepflückt aus dem Garten von Markus und Anna, die auch zugucken an dieser Stelle. Einen herzlichen Gruß an euch. Wir schauen, wer gewinnt. So, möchtest du an? Die Frage, in welche Richtung sprugen wir, wollen wir die Kamera treffen? Oder die Kamerafrau vielleicht? Also das wäre natürlich der Jackpot. Wenn du das triffst, dann überlege ich mir hier noch, aber wirklich einen anderen Preis. Du darfst anfangen mit Kirschkern. Und ich ziehe nach. Und vielleicht ist die Linie, guck mal, hier vorne gibt es so, da gibt es hier so eine schöne Linie. Und wenn man sich da dran stellt und nicht übertritt und wir spucken in die Richtung, vielleicht treffen wir ja Menschen. Ladies first. Hä? Vielen Dank für Ihre Geduld. Genau. Sind nicht mehr so viele Zähne im Mund. Nur der Kirschkern raus auch. Das schwein wir auf. Okay, gut. Jetzt habe ich den Kirschkämpfer schluckt. Du musst anfangen. Okay. Wir kommen einfach. Oh, der ging weit. War gut, ja. Okay, habe ich das so? Okay. Wir machen hier da zwei Versuche. Mhm. Ich habe schon, macht Spaß. Oh, das war. Ha! Na! Ha! Pass, komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Einen haben wir noch. Genau. Aber weißt du, was noch lustig ist? Du darfst noch einen machen, weil du gewinnst sowieso. Ich erzähle dir dabei, dass ich tatsächlich im Mund mit so einem Kirschenstiel einen Knoten machen kann, ohne den Mund aufzumachen. Oh, das ist aber auch sehr speziell. Aber das ist sehr speziell und das dauert jetzt viel zu lange. Das können wir nicht machen. Wollen wir noch eine Runde? Ja, komm. Eine Runde machen wir noch. Na klar. Ja, los. Mhm. Mal kaum. Achtung. Mhm. Wow. Ist er getroffen? Gott. Okay. Gut, dann probiere ich nochmal. Oh, Kamerafrau getroffen. Alice getroffen. Ich habe erst als Alice getroffen. Ich habe sie, Jake. Ja, also wir haben beide gewonnen. Auf jeden Fall. So, lieber Robert, bevor sich hier die Menschen langweilt, möchte ich gerne noch mit dir darüber sprechen, das Robert-Frenzel-Quartett besteht ja nicht nur aus dir, wie schon der Name sagt. Vielleicht kannst du uns noch kurz darüber aufklären, wie er heute Abend mit dabei ist. Ja, also aktuelle Besetzung ist für heute Abend der Sammy Lukas am Piano, über den ich mich sehr freue. Wir haben schon die letzten Jahre viel zusammen gespielt. Und ganz toller Kollege und Pianist. Dann Benni Langhammer, auch ganz feste Größe hier in Erfurt am Bass. Ja, ist bekannt. Und wie gesagt, statt Markus Horn heute Kilian am Schlagzeug. Ja, und wir haben gestern ja schon zusammengespielt, auch hier bei diesem Latin-Abend. Genau. Und dann sagte Kilian auch noch, das wäre doch cool, wenn wir mal wieder zusammen spielen könnten. So, Sammy war auch mit dabei. Und ja, so schnell kann es gehen. Das Universum scheint mitgehört zu haben an dieser Stelle. Vielen Dank, liebes Universum und gute Besserung an Markus, der hoffentlich auch bald wieder auf dem Bein ist. Gute Besserung, Markus. Genau, genau. Ihr kriegt das auch entspann dich. Die kriegen das heute auch ohne dich gut hin mit Sicherheit. Wenn wir mal so einen ganz klitzekleinen Ausflug machen, so rückwärts. Du hast ja begonnen mit sechs Jahren, du bist auch eine Erfurter Puffbohne. Ja, das stimmt. Genau, richtig. Ich auch. Du hast mit sechs Jahren angefangen an der Musikschule hier in Erfurt. Ich habe mir das notiert, Blockflöte, Klarinette und Querflöte zu lernen. Warum denn drei Sachen auf einmal? Also ich habe natürlich jetzt nicht alles auf einmal. Ich habe mit Blockflöte angefangen, wie es eigentlich so üblich ist mit sechs. Genau, dann kam die, ist so der Entwicklungsschritt, dass man dann schon auf die Querflöte wechselt. So, genau. Und ich habe dann eben auch nochmal die mit der Klarinette so weitergemacht. Und dann, das Saxophon kam eigentlich relativ spät noch mit dazu, erst mit, ich glaube, so 14, 15. Ja, und das hat dich dann aber so fasziniert, dieses Instrument, dass du dich dann auch entschieden hast, Jazz-Saxophon in Weimar an der Franz Liszt zu studieren. Ja. Genau, genau. Und aber auch noch die Querflöte. Querflöte habe ich da auch die ganze Zeit eigentlich weitergespielt. Ja. Genau, und Klarinette, ja, das war zwischendurch, habe ich ein bisschen vernachlässigt, aber doch in den letzten Jahren auch immer wieder mit dabei gehabt. So einfach, weil für den Saxophonisten ist es wichtig, diese ganzen Instrumente zu spielen. Und zum Beispiel bei Musicals oder im Theater ist das oft einfach Pflicht, dass man nicht nur Saxophon spielt, sondern eben auch Flöte und Klarinette mit bedienen kann. Genau, das gehört mit dazu. Ja. Das sind Doublings, sagt man dazu. Okay, Doublings, alles klar. Und für dich als freischaffenden Musiker ist das ja essentiell, dass du an vielen Stellen deine Fühler ausstreckst und an vielen Stellen sagen kannst, ach, kann ich auch, ich bin euer Mann. Das heißt, neben diesen vielen Einsatzbereichen, du gibst Unterricht, du begleitest auch Trauungen, du begleitest auch Beerdigungen tatsächlich. Hast aber auch mit wirklich tollen Leuten schon gespielt, wie Kenny Wheeler und Lee Kunitz und P. Werner und Nils Landgren waren dabei. Da habe ich so gedacht, oh Gott, ernsthaft, verehre ich total. Und aber auch bei Keimzeit bist du ab und an dabei. Und sogar eine norwegische Band, Midnight Choir, habe ich gefunden. Ja, da habe ich mit dem Sänger dieser Band, mit dem Aldelona, war ich in Norwegen auf Tour und da haben wir in einer kleineren Umsetzung zusammengespielt. Beeindruckend. Das sind natürlich auch alle Sachen, die sich so über die Jahre ansammeln. Ja, die fallen dir nicht in den Schoß, sondern du tust ja etwas dadurch, dass du deine Kunst uns öffentlich zugänglich machst, hat das ja auch eine Rückmeldung. Und die Leute sind interessiert und freundlich. Ja, vor allem als Selbstständiger hat man immer neue Kontakte auch und dann auch dadurch immer wieder neue Möglichkeiten. Also das ist eigentlich auch das Spannende daran, dass es sich ständig verändert und dass immer wieder neue Projekte sich auftun. Anderes fällt dann vielleicht weg, aber es ist eigentlich immer eine schöne, spannende und interessante Entwicklung, die da passiert. Und hast du eine Anekdote fassbar von einem dieser tollen Menschen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die du uns noch kurz erzählen möchtest, über eine dieser spannenden Menschenbegegnungen? Eine, die wir wissen dürfen. Ach, da bin ich jetzt ein bisschen unverbreitet. Also vielleicht gibt es in Norwegen so, als ihr in Norwegen unterwegs wart, ich meine die Norweger, die können ja auch ordentlich trinken, lustige Kneipenbierabende, schmutzige norwegische Witze oder so. Also wir haben da auf jeden Fall auch gut Party gemacht nach den Konzerten. Polarlichter gesehen? Das, nee, das nicht, das leider nicht. So, wir waren ja schon so von Süden nach Norden unterwegs, so haben da eigentlich überall gespielt. Tolles Land auch, eins, was dich beeindruckt? Ja, ganz tolle Natur, tolle Menschen, das hat richtig Spaß gemacht. Und ihre Gegensätze auch, ha? So, ja. Also diese Berge und diese Fjorde und das Wasser. Und ist das zum Beispiel ein Moment, in dem du dich inspiriert fühlst, dass da eine Melodie in deinen Kopf getropft kommt, wenn du solche fantastischen Naturgewalten siehst? Macht das die Synapsen auch für? Ja, es ist auf jeden Fall alles Inspiration, was man so sieht und erlebt und so. Und vielleicht kann ich jetzt nicht so konkret sagen, das hat jetzt zu dem Stück geführt, das ist mehr so die Summe aus allem, die irgendwie ja auch einen prägt und ausmacht so. Und die Stücke entstehen dann auch mit diesen Eindrücken natürlich. Genau, als Folge von. Schön. Die Menschen heute Abend, die zu dir ins Konzert kommen, worauf dürfen die sich denn freuen? Ja, wir haben wieder eine Mischung mitgebracht aus, also wir spielen vor allen Dingen meine eigenen Songs, die ich geschrieben habe, aber eben auch ein paar schöne Jazzstandards, ein paar Klassiker. Ich spiele immer gerne Stücke auch von meinen Helden am Saxophon, Joshua Redman haben wir ein Stück mitgebracht oder Kenny Garrett, den ich sehr verehre, habe ich ein Stück rausgesucht. Ja, und ja, ich denke auch, von den Stilistiken her ist es auch so zwischen Swing, Funk, Bossa Nova, was Souliges, ein bisschen was Poppiges so dabei. Also wenn die Leute heute Abend fühlen, sie möchten tanzen, können sie, das würde euch natürlich freuen und gibt euch natürlich auch viel zurück. Immer cool, wenn die Leute tanzen. Ich hoffe, sie haben jetzt gut zugehört an dieser Stelle. Robert, zum Abschluss, damit du dann wieder abdampfen kannst. Ich habe erfahren, dass du neben Blockflöte, Klarinette, Querflöte, Altsaxophon auch Nasenflöte spielst. Was ist das für ein Instrument? Das ist ein Instrument, was ich erst zu meinem Geburtstag im Januar geschenkt bekommen habe. Also es ist quasi das neueste Mitglied in meiner Flötenfamilie. Und das ist dieses Instrument, die so aus, das ist eine Nasenflöte. Das ist aus Holz, das Material ist Holz. Das ist aus Holz, ja, das ist anscheinend auch geschnitzt. Ich weiß jetzt gar nichts über die Geschichte und habe dann das einfach probiert und hatte es dann auch relativ schnell raus, wie es funktioniert. Nämlich, dass man tatsächlich hier mit der Nase den Luft reinbläst in die Flöte. Dann gibt es hier, das ist ähnlich wie bei einer Blockflöte, nennt sich ein Labium. Also da wird sozusagen der Luftstrom so aufgespannt, da entsteht der Ton. Unmoduliert aber wird das mit dem Mund, ja. Also man leitet sozusagen den Luftstrom aus der Nase hier in den Mund rein und kann dann so lustige Sachen. Oh ja, schön. Und lustige Sachen kann man damit, aber wenn ich jetzt sagen würde, spiel doch mal irgendeinen Jazzstandard, den du so hast. Ich auch. Ja, ob man das dann so erkennt, ist die Frage. Los, komm, wir wagen das mal. Los, wir wagen das mal. Wir probieren Night and Day, ja. Night and Day? Probieren wir mal. Ja, also würde so klingen. Großartig. Klasse. Also ich finde mal erkennt, dass ich hoffe, Sie haben das zu Hause auch erkannt. Und lieber Robert, damit entlasse ich dich schon. Ich finde großartig, dass du dich auf unsere Challenge eingelassen hast. Du hast verdient gewonnen. Ich gebe dir nachher an der Bar unter Zeugen ein Getränk aus. Ich komme darauf zurück. Feiere deinen Sieg und wünsche dir jetzt einen guten Soundcheck und für heute Abend toi, toi, toi. Und ein ganz aufgeschlossenes, tanzwütiges Publikum. Bis bald. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen hier an dieser Stelle weiter, jetzt mit unserer beliebten Kategorie, dem Wetter. Dazu möchte ich noch kurz was sagen. Wir haben heute einer jungen Künstlerin, die noch unerfahren ist und auf der Suche nach Ruhm, die Chance gegeben, sich hier zu beweisen und den Wetterbericht heute mal in einer etwas anderen Form zu präsentieren. Feiern Sie sie hart und hauen Sie Likes raus für Shania Rain mit dem Wetter. Okay, Leute, das geht raus an euch. Ich bin Shania Rain. Ich will ein Rapper werden. Und weil das total kompliziert ist, habe ich gedacht, ich fange mit dem Wetterbericht an. Okay, es geht los. Heute spanne ich meinen Regenschirm auf, denn der Regen aus dem Himmel fällt da heute drauf. Doch bevor ihr euch jetzt die Haare rauft, sag ich euch konkret, wo ihr so ein Ding kauft. In der Drogerie. Besser jetzt als nie. Ich sag es, du de i. Vielen Dank, schönen Tag, ciao und merci. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Schirm, eine krasse Protektion für dein Hirn. Doch ich will dich nicht mit meinen Lines verwirren. Mach dich auf den Weg zu uns und lass dich nicht wie Irren. Bei uns ist es cool. Du bekommst sogar einen Stuhl. Das ist ein ganz krasses Tool. Ich sag lette, 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 summertime rule. Sorry Leute, wenn ich jetzt verstumme, bin als Rapper nicht gerade eine derbe Wumme. Deshalb sag ich jetzt, jo, ich bin raus, komm zu dem Barfüßer, sein Haus. Aha, aha, jo, jo. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Shania hat sich in ihre Herzen gerappt. Und wenn Sie finden, das hat sie toll gemacht, dann gebe ich jetzt gerne weiter. Möglicherweise darf sie ja noch einmal bei uns in der Kulturlaube Digital etwas für ihren Fame und ihre Berühmtheit tun. Und wir werden sie noch einmal sehen. Wer weiß, es liegt an Ihnen. So, jetzt darf ich Ihnen zwei weitere tolle Gäste vorstellen. Das ist zum einen Esther Ambrosino vom Tanztheater Erfurt, die künstlerische Leiterin des Tanztheater Erfurts. Und das ist auch Stefan Kirnse, der auch Tänzer ist am Tanztheater Erfurt und zuständig fürs Management und die Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Sehr viel erzählt. Ihr habt euch hier schon ein Wasser genommen und ich hoffe, dass der Soundcheck zulässt, dass wir trotzdem ein bisschen noch erzählen. Ihr habt gerade im Moment sozusagen, die Füße sind noch heiß, die Vorstellung von Momo beendet. War das heute eine schöne Aufführung für euch? Ist alles gut gelaufen? Ah, das war wunderschön und es war auch ein unglaublicher Genuss, die Kinder zu sehen. Dass wir endlich nach dieser Pandemie mit Publikum, mit Kindern zusammen sein konnten. Weil wir haben die ganze Probe per Zoom gemacht. Oh je, okay. Und deswegen, es war immer eine große Frage, was passiert? Ja. Schaffen wir das? Ja. Aber diese Leidenschaft, diese Liebe, dass auch die Kinder im Tanztheater erhaben, hat mich total... Gerührt? Ja. Ich war super berührt. Und ich muss sagen, es war richtig. Es war schön und das Publikum hat auch unglaublich Applaus gemacht und deswegen sind wir dankbar. Toll. Und Stefan, gab es denn in dieser Zeit, die du ja auch begleitet hast, nicht mal den Punkt, wo man gezweifelt hat und die Hände rummacht und gesagt hat, wir geben das hier alles auf, sagt kein Sinn? Ja doch, diese Momente gab es. Aber, ja. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, an dem wir zur Keune greifen und das unterstützen, Klimaleben. Genau, also diese Momente gab es. Und wir haben natürlich immer gekämpft und gedacht, Mensch, wird das was, wird das nix? Unsere Politik hat ja auch immer nur kurzfristige Aussagen getroffen. Und es war schon schwierig zu planen. Aber am Ende des Tages haben wir immer gedacht, okay, wir machen das. Irgendwie wird es schon gehen. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir heute auf der Bühne stehen konnten. Wunderbar, ein herzlichen, herzlichen Glückwunsch auch von uns. Das war wirklich großartig. Ihr habt aber noch ganz, ganz viele andere Sachen in petto, oder? Seit dem 6. Juni ist euer Tanztheater wieder auf und die Kurse können auch wieder in Präsenz stattfinden. Du hast das ja schon gesagt, Esther, das Berührendste ist eigentlich tatsächlich, die Energie von Mensch zu Mensch zu spüren und nicht mehr wieder eine Scheibe dazwischen zu haben, oder? Ja, das war wirklich eine schwierige Zeit. Alles online, alles praktisch. Man kann ja auch nicht korrigieren, oder? Also wenn sich jemand weht, oder so. Man muss korrigieren, man muss den Unterricht anderen machen, weil die Frauen sind total andere. Aber ich muss sagen, es ist wirklich, die Leute sind bei uns, weil die bei uns sein wollen. Ja. Und diesen Kontakt auch nur so per Scream zu haben, es war für deren auch super wichtig. Und ich bin wirklich unglaublich dankbar, dass dieser Prozess auch stattgefunden hat. Weil jetzt, dass wir wieder angefangen haben, die Leute sind wirklich, die bringen Freunde und alles. Also das ist wirklich zu sehen. Wir haben alle richtig gemacht. Auch, muss ich sagen, es ist schade, dass die Kunst und Kultur immer nach hinten geschoben wird. Und Kunst und Kultur sind super wichtig für eine Gesellschaft. Ja. Und man kann wirklich sehen, in einem Verein wie bei uns. Und ich hätte gerne gehabt, welche Politiker heute sich das Stück gesehen hätten und was man vermisst hat. Genau. Und wie dankbar und wie wichtig und grundsätzlich wichtig das ist, auch für einen Kinder- und einen jugendlichen Alltag, sich mit solchen Dingen und auch mit sich auseinanderzusetzen, für jemand anderen. Genau. Stefan, vielleicht können wir noch kurz sprechen. Ich habe auf eurer Internetseite gelesen über ein tolles Projekt, das nennt sich Zug. Und die Ankündigung, dass die Erfurterinnen und Erfurter tatsächlich auch sich beteiligen können, um bei dem Projekt mitzuwirken. In welcher Art und Weise denn? Genau. Also Zug ist ein ganz spannendes Projekt. Macht ihr zusammen mit der Tanzkompanie Ich bin okay aus Wien, ne? Ganz genau. Und die haben sich spezialisiert auf die Arbeit mit Behinderten. Oh, okay. Und es sind zu 80 Prozent Behinderte mit Down-Syndrom, die aber dort eine Tanzausbildung machen, als Dance-Assist arbeiten können und eben professionell tanzen. Und mit denen haben wir eine Kooperation durchgeführt hier jetzt, die eigentlich vor drei Wochen Premiere gehabt hätte. Wir haben sie jetzt auf eine Videovariante umgeswitcht, haben alles abgefilmt. Und wenn das Video fertig ist, wollen wir einen Inklusionsworkshop machen, also einen Tanzworkshop für behinderte Menschen in Erfurt und Umgebung, um einfach dieses Thema aufzugreifen und davon festzuhalten. Ja, und auch präsenter zu machen, in aller Alltag. Und das ist ja auch dringend notwendig. Wird es denn dann auch eine Live-Präsentation geben? Werdet ihr das schaffen können? Wahrscheinlich nicht, weil die schon wieder in Wien sind. Genau. Also es ist ein bisschen problematisch, weil die sind auch gut ausgebucht. Und alles, was sich bislang so zurechtgeschoben hat, das fällt jetzt an. Und um einen Tag hier was zu machen, müssen wir halt drei Tage einplanen. Einfach einen Tag Hinreise, einen Tag Abreise. Verstehe. Es wird schwierig, aber wir haben für 2023 was Neues geplant. Mal gucken, was da passiert. Okay, zücken Sie Ihren Kalender 2023 schon mal notieren. Das heißt aber auch, die Erfurterinnen und Erfurter konnten mitwirken, indem sie Fotos von bestimmten Momenten, die Ihnen wichtig sind, festgehalten haben. Genau. Also wir wollten, das war so die ursprüngliche Idee, die Reise von Erfurt nach Wien fotodokumentarisch vertanzen. Ah, okay. Und hatten dann auch aufgerufen an Erfurter Fotografen, Hobbyfotografen. Wir wollten nichts Professionelles. Und anhand dieser Bilder, die uns erreicht haben, die auch fantastisch waren, haben wir dann einfach ein Thema entwickelt und den Zug zum Rollen gebracht, sozusagen. Großartig. Bin ich sehr gespannt darauf, das zu sehen. Das klingt toll. Esther, an dich natürlich noch die Frage. Du bist in diesem Jahr die Choreografin der Sommerkomödienproduktion Syran Odebergerac. Wie laufen die Proben? Erzähl mal kurz. Hast du keinen Einblick? Ich finde, die laufen sehr gut. Ich mag mit Markus sehr viel zu arbeiten, der Regisseur. Genau. Und er hat auch eine Schauspielerin, die sehr gut tanzen kann. Und in dem Moment, es macht mir unglaublich Spass, mit ihr zu arbeiten. Und auch mit der Gruppe. Aber es ist sehr schön, wenn es gibt einen Schauspieler auch, der sehr tief in die Bewegung gehen will. Und deswegen, die Zusammenarbeit im Moment ist sehr, sehr, sehr intensiv und schön. Und die Atmosphäre ist schön. Und ich empfehle nur, dieser Syran Odebergerac zu schauen. Ja, unbedingt. Ab wann kann man den sehen? Premiere ist es am? Am 29. Am 29. Juli. 20 Uhr wahrscheinlich? Ich denke, 20 Uhr. 20 Uhr. Ich bin da den ganzen Tag, so der 20 Uhr. Genau, weiß ich nicht. Genau. Und dann spielt ihr ja den ganzen August durch. Ich bin nicht den ganzen August da, aber die Schauspieler. Genau. Also das verpassen Sie bitte nicht im August jeden Abend hier in der Bar für Syruine Syran Odebergerac mit der Choreografie von Esther Ambrosino in der Regie von Markus Fennert. Das wird bestimmt toll. Das kann ich versprechen. Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Frage. Ihr habt ja den Avant-Art, spricht man das so aus? Avant-Art-Preis. Der Thüringer Theaterpreis. Bekommen 2020 für diese großartige Produktion FaceMe, die ihr in Kooperation mit dem DNT gemacht habt. Wann kann man denn den eigentlich mal wieder sehen? Der ist ja auch so ausgebremst worden durch die... Ja, wir haben... Wir sind eigentlich... Wir sind in diesem Tanzpakt auch gefordert. Das ist eine super Sache für Thüringen, weil es ist das erste Mal für Tanz eine solche Forderung in Thüringen. Ja, okay. Und wir werden... Wir haben die Vorstellung, es ist schon in Weimar passiert. Genau. FaceMe und zackle. Aber leider vor der Pandemie ist es nicht. Und wir werden jetzt im Februar die... 26. Februar. 26. Februar. Sie haben heute viel zu tun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie müssen ständig Dinge mitschreiben, aber ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. 26. Februar. Ja. Air Force, Premiere, FaceMe und zackle. Ja. Super. Okay. Sind noch Karten zu kriegen oder sind schon... Ich weiß, dass bevor die Pandemie, es waren fast alle Vorstellungen vorher schon fast ausverkauft und so. Ich weiß nicht, was die mit den Karten gemacht haben, aber ich kann nur empfehlen. Es ist eine Produktion, wo es gibt FaceMe, es ist ein Stück, das ist ein Solo mit 3D. Ja. Und es ist berührend, aber sehr digital. Ja. Und es ist eine seltene Kombination, dass die digitale Welt berührt. Okay. Und das auch mit Dirk Rauscher, die ganze digitale Welt... Genau. Mit dem war ich in der Schule. Hallo Dirk. Ja. Und die Zusammenarbeit, das war genial. Ja. Und ich freue mich immer, wenn wir wieder weitermachen können. Und ja. Sieben Vorstellungen. Sieben Vorstellungen habt ihr da? Okay. Dann gucken wir mal. Dann soll man sein Glück versuchen. Ich habe das ja auch schon versucht und bin leider auch nicht fündig geworden nach Karten und musste wieder heimgehen. Aber dann werde ich diesen neuen Anlauf wagen. Stefan, kannst du uns noch verraten, was man so bei Tänzern als... Also Hals- und Beinbruch wünscht man ja wahrscheinlich nicht, sondern was wünscht man denn, wenn man auf die Bühne geht oder für die Zukunft? Ist das auch ein Toi-Toi-Toi? Auf der Theaterbühne ist es ein Toi-Toi-Toi, auch beim Tanz. Okay. Da, wo ich herkomme, aus der urbanen Szene, da ist es einfach ein Rock-On. Rock-On. Knollen Sie weg, Bäm, Junge. Genau. Das würde auch gehen. Ja. In diesem Sinne. Ich danke euch sehr für euer Hiersein. Ich danke euch sehr für euer tolles Engagement. Bitte, bitte hört nicht auf damit. Gebt nicht auf und kämpft, auch wenn die Umstände seltsam sind, trotzdem weiter. Wir brauchen euch. Danke schön. Einen herzlichen Applaus für euch. Vielen lieben Dank. Die Koi, die nehme ich gerne wieder. Ciao. Genau, dir auch. Alles gut. Alles gut. Vielen lieben Dank. Ihr seid entlassen. Danke. Könnt gerne einen schönen Tag noch haben. Ja. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen hier weiter mit unserem Gewinnspiel. Unser Gewinnspiel. Wo entspringt die Nienstedt? Wo entspringt die Nienstedt? In Teichröder oder B. In Volkershausen? Ich wiederhole nochmal. Wo entspringt die Nienstedt? In A. Teichröder oder B. Volkershausen? Die Nummer, die Sie anrufen müssen, um mit mir zu sprechen, um zwei Freikarten zu gewinnen, sehen Sie jetzt unten eingeblendet am Bildschirmende. Ich hoffe sehr, dass Sie sich zu Herzen genommen haben und heute mit mir telefonieren werden. Ich hole das Telefon. Hier ist es. Ich hoffe, die Nummer ist am unteren Bildschirmende, äh, am unteren Bildschirmende, nicht an der Rinde, eingeblendet, sodass Sie jetzt nichts weiter tun müssen, als die Nummer in Ihr Handy einzutippen, mich anzurufen, hier live in der Sendung zu landen und dann zwei Freikarten zu gewinnen für den heutigen Abend. Ah, krass, das klingt wirklich, oh Scheiß, es ruft jemand an. Krass. So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist ein bisschen laut bei uns, aber wen habe ich denn am Telefon? Hier ist Julia von der Kulturlaube Digital. Hallo Markus. Sehr schön, dass es geklappt hat. Wie cool. Wir haben die Gewinnfrage gestellt. Wo entspringt die Nienstedt? A, Teichröder oder B, Volkershausen? Was ist deine Antwort? Du würdest C nehmen. Das ist eine weise Entscheidung. Wollen wir sagen, dass C das gleiche wie B ist? Sind wir uns einig? Na gut, machen wir es so. Markus, ich freue mich von Herzen. Du und jemand, der Dich begleiten möchte, könnt heute Abend an der Abendkasse eure zwei Freikarten abholen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich rufe euch gleich zurück und wir vereinbaren ein Code-Word, so total James-Bond-mäßig, mit dem ihr eure Freikarten dann an der Abendkasse abholen könnt. Wollen wir es so machen? Cool. Ich freue mich sehr mit dir, mit euch, wünsche euch einen fantastischen Abend und rufe gleich zurück in circa fünf Minuten. Gut? Okay, bis dahin. Tschüss. Ja, Wahnsinn. Markus kann sich also heute über zwei Freikarten freuen. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich. Heute Abend das Robert-Frenzel-Quartett auf unserer Bühne ist. Sie hören es schon. Ich finde, es hört sich ziemlich, ziemlich gut an. Und wenn Sie jetzt denken, oh, da muss ich auch hin, versuchen Sie Ihr Glück. An der Abendkasse gibt es immer noch mal mit dem ein oder anderen lieben Augenblinkern die Möglichkeit, noch eine Karte zu ergattern. So, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer, ich weiß es gar nicht, ich glaube, die 14. Ausgabe unserer Kulturlaube digital. Wir haben also fast schon Bergfest. Ich möchte Sie gerne noch erfreuen mit einem kleinen Ausblick auf die morgige Sendung, die mir denn eigentlich moderiert. Liebe Alice, weißt du das? Ah, einer meiner tollen Kollegen wird also morgen hier... Nein, ich werde es sein! Oh Gott! Zu viel Kirschen, Entschuldigung. Ich werde hier morgen Abend wieder für Sie da sein und werde mich dann freuen, die Herren des A Cappella, der A Cappella-Band Fraxhausen begrüßen zu dürfen bei mir. Und mit denen werde ich so ein bisschen über das musikalische A Cappella-Universum erzählen und hoffentlich Dinge auch erfahren. Und als Special Guest wird morgen bei uns Ronald Trouet sein, ein Mitarbeiter des Kinoclub Erfurt. Und mit dem werde ich über Eisernes durchhalten und Open-Air-Kino im Grünbacken und ein sehr ambitioniertes Kinoprogramm sprechen. Gewinnspiel und auch die Wetteraussichten sind wieder dabei. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten und vielleicht denken Sie sich jetzt, Sie möchten uns noch irgendwie zusätzlich unterstützen, außer dass Sie hier abends vorbeikommen und sich die Veranstaltung anschauen, weil wir für Sie diese tägliche Sendung auf die Beine stellen, weil wir für Sie kostenlos einen Livestream aller Veranstaltungen, die hier abends stattfinden, für Sie bereitstellen, damit Sie auf Ihrer Couch sitzen bleiben können und sich in Ruhe die Aufführungen anschauen können. Wenn Sie sich denken, das möchten Sie gerne honorieren, dann freuen wir uns jederzeit über eine kleine oder große Spende, einen Betrag Ihrer Wahl. Die Spendenkonto-Zugangsdaten, schwieriges Wort, sehen Sie jetzt unten eingeblendet am Bildschirmende. Fassen Sie sich ein Herz, unterstützen Sie uns und machen Sie uns und sich eine kleine Freude. Das kommt nämlich alles aufs Karma-Konto. So, in diesem Sinne hat sie wieder viel erzählt heute, aber so ist das. Ich wünsche einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020